war beats dann hier l.a cruiser und kuriona schon reingeguckt ein bisschen ins dlc die zahlen a 9 polizei polize polize sheriff Aber überleg mal ja, wo wir angefangen haben mit GTA 5 direkt da, konnten wir dann nicht Geld verdienen, da musstest du scheiß Schatz machen. Das Gefühl kriegst du alles hinterher, ich müssen schon. Oh, ich habe einen Mini Cooper. Let's go. Was sind denn das für Antennen, Alter? Ach, man kann die Reifen auch noch ändern, das ist ja krass. Aber lass ich mal, aber das finde ich ein bisschen doof. Okay. Oh yeah, so sieht die Karre jetzt aus. Das ist seit heute draußen, Kuriona, seit 11 Uhr oder 12. Schade, dass man keine Polizeieinsätze oder so machen kann. Das wäre auch geil. Okay. Ich würde mal Datenaufnahme beenden.